Jo, hi ihr Lieben, erstmal Glückwunsch an euch zum Bestehen oder auch erstmal zum Ablegen der schriftlichen Prüfung. Das war Part 1. Part 2 steht euch noch vor der Brust. Ja, das ist die praktische Prüfung. Da aber viele von euch oder einige von euch die praktische Prüfung schon eine Woche nach der schriftlichen Prüfung haben oder manche auch erst in einem Monat beziehungsweise zwei Monate später die Prüfung haben, die praktische, habe ich mir überlegt, ich möchte euch nicht ins kalte Wasser werfen, sondern ich habe für die Fachkräfte für Lagerlogistik als auch für die Fachlageristinnen habe ich mir die Zeit genommen, um euch ein Video zu drehen und euch dazu informieren, wie die Prüfung abläuft, was ihr vielleicht noch machen könnt und was erfahrungsgemäß so drankommt an T. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir gehen direkt rein und viel Spaß und bis gleich. Ja, praktische Prüfung bei der Abschlussprüfung ist der zweite Teil, den ihr neben dem theoretischen Teil bestehen müsst, beziehungsweise absolvieren müsst. Ich möchte heute hier in dem Video euch vorstellen, a, wie der Aufbau ist, b, wie die Themen oder welche Themen dort drin vorkommen, wo ihr darauf euch vorbereiten könnt, ähm, was ich da so aus Erfahrung so erzählen kann. Habe ich euch da, wie gesagt, ein paar Themen aufgelistet. Ähm, ja, dann noch, wann habt ihr die praktische Prüfung bestanden? Ja, das werde ich auch oft gefragt. Dann, äh, habt ihr ja noch eine Chance für die schriftliche Prüfung, ähm, auszugleichen. Ja, solltet ihr jetzt eine kleine 6 haben oder zwei 5, dann könnt ihr noch in die mündliche Ergänzungsprüfung gehen, was dann auch, ja, in der praktischen Woche, wo ihr die Prüfung schreibt, normalerweise auch vollzogen wird, ähm, wie das aussieht und wann ihr da reinkommt. Und, ja, was mich auch viele fragen, wann endet denn die Ausbildung, ja, wann endet euer Ausbildungsvertrag? Das werde ich hier auch nochmal ganz kurz vorstellen. Und, äh, ja, dann seid ihr für die praktische Prüfung und was danach noch so passiert, glaube ich, ganz gut vorbereitet. Das alles werde ich natürlich für die Fachkräfte für Lagerlogistik tun, als auch für die Fachlageristen. Die Prüfungen sehen ein wenig anders aus, ja, die Fachkräfte für Lagerlogistikprüfungen ist ein bisschen umfangreicher, ähm, als die Prüfung der Fachlageristen, also die praktische Prüfung. Und ich würde sagen, wir starten jetzt und ich zeige einfach mal, was auf euch zukommt, ja, ähm, vorausgesetzt, beziehungsweise noch kurz vorausgeschoben gesagt, ähm, die Prüfungen finden natürlich, also die praktischen Prüfungen nicht bundeseinheitlich statt, ja, Baden-Württemberg da jetzt mal ausgenommen, sondern die praktischen Prüfungen werden von den jeweiligen Prüfungskommissionen eurer IHK-Kammer, eurer Region, ähm, zusammengestellt. Und die sehen natürlich ein bisschen anders aus, ähm, haben nicht immer den gleichen Aufbau, sind aber, äh, im Kern eigentlich komplett gleich, also die gleichen Anforderungen, das heißt, ähm, die müssen die gleichen Inhalte irgendwie verarbeiten und, äh, ich hab mir mal Gedanken gemacht, was dann eigentlich aus Erfahrung immer so ein bisschen, ähm, drankommt, wo ihr euch drauf vorbereiten könnt. Und wie gesagt, ihr habt auch an unterschiedlichen Terminen die praktischen Prüfungen, das heißt, wenn ihr noch keine Einladung bekommen habt bis jetzt, ja, nach der schriftlichen Prüfung keine Panik schieben, ja, ihr bekommt noch eine Einladung, die sind dann aber, ähm, unterschiedlich, je nachdem, wo ihr wohnt, beziehungsweise bei welcher IHK-Kammer ihr seid. Und wie gesagt, die ersten Prüfungen gehen teilweise schon die Woche nach den schriftlichen los, können aber auch ein, zwei Monate später erst, ähm, ähm, ja, durchgeführt werden. Das ist, wie gesagt, je nach IHK-Kammer verschieden. Also, ja, wir starten mit den Fachkräften, für Lagerlogistik. Ja, der Aufbau der Prüfung, darüber möchte ich euch mal ganz kurz was erzählen. Also, den oberen Teil, den habt ihr ja schon hinter euch mit der schriftlichen Prüfung, mit dem theoretischen Teil, ja, ihr habt die Prüfung geschrieben, ähm, beziehungsweise ihr werdet ja auch noch die schriftlichen Noten erhalten. Ja, da bekommt ihr auch von IHK zu IHK unterschiedlich, äh, bekommt ihr einen Termin genannt, einen offiziellen Termin, dann könnt ihr online in eure, äh, Bewerber-Mappen reingehen, beziehungsweise in eure, äh, in eure Accounts und könnt dann, äh, an dem Tag X, ähm, könnt ihr eure Ergebnisse einsehen, beziehungsweise euer schriftliches Ergebnis einsehen. So, ja, wir wollen uns auf den praktischen Teil natürlich heute konzentrieren, ähm, da werdet ihr fachpraktische Aufgaben bekommen. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt gleich. Ähm, und hier sei schon gesagt, die praktische Prüfung ist etwas umfangreicher, als die ihr in der Zwischenprüfung geschrieben habt. Vom Inhalt her kann die sich jedoch ähneln. Gut, dann schauen wir uns das auch mal an. Die Themen und Inhalte der praktischen Prüfung bei den Fachkräften für Lagerlogistik. Also allgemein in der Ausbildungsordnung steht in höchstens fünf Stunden, ja, sollen zwei Aufgaben aus Prüfungsbereichen plus ein Fachgespräch stattfinden. Und da ist auch schon das, äh, Ding für euch, ja, ähm, a, es wird mehr geprüft, also über einen längeren Zeitpunkt. Das kann sein, dass ihr eventuell an einem Tag geprüft wird, werdet, ähm, kann aber auch sein, dass ihr an zwei Tagen geprüft werdet, die dann eventuell hintereinander liegen oder auch, ähm, weiß ich, den einen in der einen Woche und den anderen in der anderen Woche, ja, ähm, das kann unterschiedlich sein. Wie gesagt, das macht jede IHK-Kammer anders. Ähm, auf jeden Fall werdet ihr ein Fachgespräch führen müssen und, äh, ja, mindestens zwei Aufgabenteile bearbeiten müssen, wie die aussehen. Da komme ich im nächsten Slide drauf. Ähm, aber ich habe euch hier schon mal die Themen und Inhalte der Praktischen Prüfung, ja, die so drankommen. Ich werde ja auch oft gefragt, ja, was kommt in der Praktischen denn vor? Welche Lernfelder werden abgefragt? Und aus Erfahrung, ähm, sind das die, die hier unten stehen. Ich werde gleich aber auch nochmal eine ausführliche Übersicht über die Praktischen oder unterschiedlichen Praktischen Teile geben. Ähm, aber ihr könnt euch auf jeden Fall darauf einstellen, ja, Erfassung von Güterbewegungen unter Berücksichtigung eines Tourenplans, ja, ähm, Tourenplanung, ganz, ganz großes Thema. Dann Erstellung eines Stauplans, eines Beladeplans, ja, das solltet ihr euch auch nochmal vielleicht angucken, wie ich einen Stauplan erstelle oder, äh, ja, eine Beladung plane, sozusagen. Ähm, auch im Hinblick auf die Tourenplanung wird das auch immer sehr gerne abgefragt, ja, äh, versandfertiges Verpacken von Gütern, beladen und sichern in der Ladung, ähm, ja, ein Um- und Auslagern von Gütern, wo auch die Warenannahme natürlich mit dabei ist, auch immer ein großes Thema oder die Waren, der Warenversand, ja, das solltet ihr euch auch nochmal angucken, da werden auch gerne praktische, äh, Aufgaben daraus erstellt, ähm, genau das Feststellen und Dokumentieren von Mängeln und Ergreifen von Maßnahmen, ne, das ist der angesprochene Wareneingang, die Warenkontrolle oder der Warenausgang, ja, da müsst ihr, äh, an Lieferscheinen beispielsweise dokumentieren, ob die Bestellung, die wir erhalten haben oder die rausgeht, äh, richtig ist, ja, da müsst ihr wirklich praktisch anpacken, das können solche Aufgaben sein und dann wie auf der Arbeit sozusagen, ja, dokumentieren, feststellen, was ist falsch, ja, die werden euch natürlich keine, ähm, wenn eine Warenannahme kommen sollte als praktischer Teil, äh, werden die euch natürlich keine Bestellung geben, die komplett richtig ist, sondern da sind Fehler drin, die müssen dokumentiert werden und, ähm, ja, eine Tatsachenbestandsnahme muss dann in den Einkauf, dann erfolgen solche Sachen, ja, und Inventur würde ich mir auch nochmal anschauen, ja, wie man, äh, Bestände zählt, äh, welche Inventurarten es gibt und, äh, ja, ein Soll-Ist-Bestandsabgleich, ne. So, ich hatte euch ja gesagt, dass diese praktischen Prüfungen bei den Fachkräften für Lagerlogistik, äh, unterschiedliche aufgebaut werden können, beziehungsweise es unterschiedliche Teile gibt, ja, das wollen wir uns mal anschauen, ähm, auch wenn überall die praktischen Prüfungen unterschiedlich sind, normalerweise sind die Prüfungen immer so aufgebaut, ja, es gibt eine praktische Aufgabe, praktisch könnt ihr euch, äh, vorstellen, dass ihr selber eine Aufgabe ausführen müsst, das hatte ich ja gerade eben schon mal gesagt, beispielsweise der Wareneingang, ja, ihr müsst selber die Waren, die in einer Box beispielsweise sind, kontrollieren, ja, mit dem Lieferschein oder mit dem Bestellschein und, äh, auch, ähm, selber dann dokumentieren, das heißt, ja, nicht nur irgendwas machen, sondern auch selber dokumentieren, ähm, ja, so einen Stapler fahren oder sonst irgendwas, meistens nicht, ja, dass ihr irgendwas einlagern müsst mit einem Stapler oder mit irgendwelchen Hilfsmitteln, ähm, das nicht, ja, das gibt normalerweise die IHK, äh, Umgebungen, ja, Lernumgebungen geben das meistens auch gar nicht her und, äh, es ist auch nicht jeder befähigt dazu, den Stapler zu fahren, dafür mal abgesehen, also stellt euch eher so was Kleineres vor oder ihr müsst was verpacken oder, ähm, ihr macht einen Warenausgang, äh, müsst ihr kontrollieren, dokumentieren, ähm, dann eine Tatbestandsaufnahme beispielsweise beim Wareneingang, ja, Meldung an den Einkauf, müsst ihr dann, ähm, beispielsweise, äh, dann schreiben und, äh, sowas kann man sich unter einer praktischen Aufgabe vorstellen, ja, dann gibt es diese praktischen schriftlichen Aufgaben, ja, das Praktische bedeutet, ihr bekommt eine Aufgabe vorgelegt, die kann beispielsweise eine Stunde dauern, habt ihr eine Stunde viel Zeit, ja, ähm, das kann beispielsweise eine Berufssituation sein, beziehungsweise eine fachliche Situation, die dort beschrieben wird, wie ihr es auch aus den Klausuren beim theoretischen Teil kennt, ja, da wird ja auch mal so eine Situation vorher beschrieben und dann müsst ihr sozusagen in einer Stunde oder in einer Dreiviertelstunde, wie auch immer das da aufgeteilt ist, müsst ihr diese Aufgabe bearbeiten, das kann dann, äh, beispielsweise eine Tourenplanung sein, ja, die ihr dann bearbeiten müsst, es kann, können aber auch Lagerkennziffern sein, es kann eine optimale Bestellmenge sein, eine ABC-Analyse und, 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 ja, ähm, davon müsst ihr normalerweise zwei Klausuren schreiben, beziehungsweise zwei schriftliche, praktische Schriftstücke, ähm, müsst ihr bearbeiten, so ist es bei uns beispielsweise so, ja, ihr habt eine praktische Aufgabe, manche IHKs haben aber auch keine praktische Aufgabe, sondern haben dann direkt zwei schriftliche, äh, Arbeitsaufgaben, die sie stellen und was auf jeden Fall bei euch abgefragt wird, ist das Fachgespräch, das dauert so 10 bis 15 Minuten, das ist so ein kleines Blitzlichtgewitter über, äh, ja, sozusagen alle Lernfelder, ja, ähm, da können dann so Fragen kommen, wie, ja, ähm, nennen sie die, äh, äh, Möglichkeiten der Ladungssicherung, ja, oder es kann kommen, nennen sie die Verpackungsfunktion, die Funktionen eines Lagers, ähm, nennen sie mir vielleicht den Warneingang, ja, den Prozess, äh, den, äh, Prozess der Warneingangskontrolle, nennen sie mir die Kommissioniermethoden oder Kommissionierzeiten, ja, sowas kann alles drankommen in diesem Fachgespräch, ähm, geht aber nicht lange, das sind dann meistens so, weiß ich nicht, vier, fünf Fragen, es kann auch mal länger sein, dass die das, äh, Fachgespräch ein bisschen länger gestalten, dafür die anderen Aufgaben, äh, ein bisschen reduzieren, aber so normalerweise ist eine praktische Prüfung bei den Fachkräften für Lagerlogistik aufgebaut, ja, eine praktische Aufgabe, dann auf jeden Fall eine praktische, ja, schriftliche Aufgabe oder auch zwei, ähm, und das Fachgespräch, was ihr da macht, ja, ich hab hier EDV noch stehen, also keine Angst bekommen, da würde ich auch euch eventuell raten, mal andere Azubis mal zu fragen, die das schon mal gemacht haben, ähm, oder eure Lehrer beispielsweise zu fragen, die, äh, da schon mal reingeguckt haben in die praktische Prüfung, ob eine EDV-Aufgabe kommt, ja, bei uns beispielsweise in der Kammer ist es so, dass, äh, die noch eine EDV-Aufgabe machen müssen, ja, an PCs, muss aber nicht sein, ja, da am besten mal informieren, ähm, wie gesagt, bei uns müssen sie es machen und, äh, ja, müssen dann an PCs so eine kleine EDV-Aufgabe mit fachlichem Hintergrund dann bearbeiten und generell zu sagen ist, ja, weil viele immer fragen, ja, was kann drin vorkommen, ja, es kann alles drin vorkommen in allen drei Möglichkeiten beziehungsweise in allen drei, äh, Prozessen, ja, Lernfeld 1 bis 11 kann alles abgefragt werden. Dann habe ich euch noch was zu diesen praktischen, schriftlichen Aufgaben mitgebracht, ja, ähm, ähm, was kann da so drankommen oder was ist erfahrungsgemäß, kommen da für Themen, die da abgefragt werden, ja, das ist beispielsweise Tourenplanung, das ist ein Stauplanerstellen, meistens mit der Tourenplanung so zusammen, ähm, ja, die Lagerkennziffern solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, das kommt auch immer gerne vor, äh, und eine Lagerfachkarte, ja, wie man sowas ausfüllt, mit den Ein- und Auslagerungen, ja, bitte keine Rechnungen oder sowas dann da eintragen, ja, immer nur, äh, Ein- und Auslagerungsscheine. Ja, Angebotsvergleich natürlich, ne, das ist, äh, dann auch, äh, sehr interessant für euch, Fachkräfte für Lagerlogistik, ja, ihr werdet im dritten Jahr kaufmännisch ausgebildet, da ist der Angebotsvergleich auch drin, ja, wie die optimale Bestellmenge auch, sozusagen auch die ABC-Analyse, ähm, die Inventur, ja, würde ich mich eventuell auch schon nochmal angucken, ja, das ist meistens was Praktisches, aber man kann da auch Aufgaben stellen, die mit Inventur zu tun haben, ähm, die man schriftlich bearbeiten kann. Äh, Kommissionierung würde ich mir immer mal gerne nochmal angucken, Warenannahmen und Kontrolle, äh, auch beim schriftlichen, bei den schriftlichen Aufgaben, das kann auch mal sehr gerne kommen und generell würde ich mir auch noch dann Ladungssicherung, habe ich das hier nicht mit drauf getan, ja, Ladungssicherung mal anschauen, ähm, was dann ganz interessant für Tourenplanung oder Stauplanerstellen, ähm, interessant wäre, ja, und wie gesagt, ja, das sind jetzt nur ein paar Vorschläge, die aus Erfahrung immer so mal drankommen bei diesen schriftlichen Aufgaben, kann aber noch mehr drankommen, ja, weil Lernfett 1 bis 11 kann komplett abgefragt werden. Ja, fehlen eigentlich nur noch die Tipps zum Fachgespräch, ja, die meisten Schüler und Schülerinnen, beziehungsweise Azubis und Azubinen, ähm, haben Angst vor dem Fachgespräch, was eigentlich gar nicht sein muss. Ja, es kann alles drankommen, ich hatte eben gesagt, es ist so ein kleines Blitzlichtgewitter, ja, über 10 bis 15 Minuten, über die spannendsten Themen der Güterbewegung und der Lagerprozesse, ähm, da kann wirklich alles von 1 bis Lernfett 11 abgefragt werden, ähm, aber man nimmt da natürlich nicht die kleinen Detailfragen, sondern eher so die großen Themen, die interessant sind, wo man auch was zu erzählen kann, äh, ihr müsst aber gar nicht so viel Stress vor diesem Fachgespräch machen, sondern also inhaltlich, wie gesagt, kann alles drankommen, ja, von Lernfett 1 bis 11, wie gesagt, schaut euch da vielleicht die großen Themen an, die hatte ich ja auch gerade schon bei diesen Schriftlichten da, vielleicht mal, äh, aufgezählt, ähm, sind aber noch viel, viel mehr, ja, und wenn ihr dann da sitzt und ihr werdet befragt, äh, so einen kleinen Tipp, ja, wenn ihr die Fragen nicht wisst, beziehungsweise die Antwort nicht wisst, äh, oder, ähm, dann sagt einfach, ey, sorry, tut mir leid, ich weiß es nicht, weil da geht natürlich Zeitflöten, wenn ihr dem Prüfer dann Blödsinn erzählt, ja, deswegen spart euch das, sondern sagt dann, oder seid ehrlich, äh, dass ihr die Antwort nicht wisst und ob man eventuell schon eine andere Frage bekommen könnte, ähm, wenn ihr was nicht versteht, fragt den Prüfer nochmal, ja, das ist auch gar nicht so schlimm, ihr seid nervös, atmet mal kurz durch beim Fachgespräch oder vor dem Fachgespräch und, äh, ihr habt auch alle, alle Zeit der Welt eigentlich schon, auch wenn es dann nur bis 15 Minuten begrenzt ist, ähm, zu antworten und auch vorher eure Gedanken nochmal zu sammeln und dann zu antworten, ja, lasst euch, ich hab's hier stehen, nicht alles aus der Nase ziehen, bedeutet, ja, setzt euch da hin, euch wird die Frage gestellt, dann überlegt mal ganz kurz, ja, und sammelt eure Gedanken und dann haut alles raus, was ihr zu dem Thema wisst, ja, ähm, und dann nicht, ja, weiß ich nicht, genau, das ist richtig, ja, aber wie funktioniert das, so, und dann sagt ihr, wie es funktioniert, so, und dann muss man weiter, 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 immer weiter fragen, ihr kennt das ja, ne, sondern erzählt einfach direkt, frei von der Seele raus, was ihr davon zu wisst, ähm, ohne dass der Prüfer nachfragen muss, und dann ist der Prüfer auch sehr, 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 sehr zufrieden, das kann ich euch dann sagen, ähm, und ansonsten, wenn ihr was nicht wisst, fragt auch nach, ja, ähm, genau, und das ist der kleinste, normalerweise der kleinste prozentuale gewichteter Teil der praktischen Prüfung, ja, ähm, also zumindest bei uns so, dass, äh, es da meistens um ein Plus, Minus oder halt um eventuell eine Note gehen kann, natürlich, ja, nicht zu verachten, gebt hier Gas, ähm, lernt nochmal alle Themen, ja, zum Fachgespräch, ihr habt es ja eh noch ein bisschen im Kopf aus der schriftlichen Prüfung, die Themen, ähm, dass man da noch ein bisschen aufricht, und dann kriegt ihr auch das Fachgespräch ganz gut hin, holt euch dann eine gute Note, und wie gesagt, zwar kleinste gewichteter Teil der Prüfung, normalerweise, wie gesagt, ist es wieder kammerabhängig, aber, ähm, dann holt ihr euch dann nochmal eine gute Note, und zumindestens, um eine Tendenz nach oben oder nach unten auszumachen, oder ob da ein Plus oder Minus steht, ist das schon ganz cool. Also, keine Angst vorm Fachgespräch, und damit werden wir auch schon bei den Fachkräften für Lagerlogistik durch, und ich würde sagen, wir gehen dann zu den Fachlageristinnen und schauen uns dort mal den Prüfungsverlauf oder den Aufbau der Prüfung an. Ja, theoretischer Teil, ihr seht es hier oben auch, habt ihr auch enttäuscht gebracht, coole Sache, ähm, ne, da muss ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, das habe ich gerade bei den Fachkräften ja schon gesagt, ihr kriegt noch einen Termin von der IHK, ja, dann könnt ihr online in euren Account reingucken, und dann seht ihr an Tag X seht ihr eure schriftlichen Prüfungen, das habt ihr bestanden, und jetzt fehlt auch bei euch nur noch der praktische Teil, der aber kleiner im Umfang ausfällt als bei den Fachkräften für Lagerlogistik, ja. Ähm, da kann ich vorab schon sagen, ihr habt kein Fachgespräch dabei, also ganz ruhig, ihr habt zwei Aufgabenteile, aber auch weniger Zeit zum Prüfen, ja, durch die Ausbildungsordnung, und, ähm, ja, aber auch hier der fachpraktische Teil, ja, der praktische Teil, beziehungsweise die fachpraktischen Aufgaben sind etwas umfangreicher als in der Zwischenprüfung, da habt ihr ja meistens nur eine fachpraktische Aufgabe gemacht, und dann war die praktische, äh, Prüfung auch schon vorbei, ja, hier ist das ein bisschen umfangreicher, das heißt auch nicht viel umfangreicher, wie das aussieht, zeige ich euch jetzt gleich. Ja, was heißt, äh, ein weniger oder weniger Umfang als bei den Fachkräften, ja, schauen wir uns das mal an, Fachlageristinnen dürfen, äh, in höchstens drei Stunden zwei Aufgaben, in zwei Aufgabenbereichen, ja, oder in zwei Prüfungsbereichen geprüft werden, das heißt, zwei Stunden weniger, das heißt, ihr habt auch gar nicht so viel drin in der Prüfung, und ihr seht, wie ich gerade eben schon gesagt hatte, habt ihr hier kein Fachgespräch mit drin. Also müsst ihr euch auch keine Sorgen um ein Fachgespräch machen, sondern ihr macht normalerweise zwei Aufgabenteile, und dann seid ihr durch. Ja, die Themengebiete habe ich hier auch schon mal aufgelistet, ja, Annahme und Lagerung plus Güterkontrolle, ja, Warenannahme, das kann aber auch ein Warenausgang beispielsweise sein, ähm, ja, Erfassen von Güterbewegungen, Kommissionieren und Versand, das solltet ihr euch auch, ähm, anschauen. Ja, Wirtschaftlichkeit des Lagers, ne, da hätten wir die, äh, Lagerkennziffern, die solltet ihr euch auch auf jeden Fall für die praktische Prüfung anschauen, wie geht die Inventur auch und die Inventur Methoden, und generell sind das hier so ein paar kleine Erfahrungswerte, generell aber, ja, kann Lernfeld 1 bis 8 komplett abgefragt werden. Ja, auch in eurer Prüfung ist die Prüfung in zwei Aufgabenteile aufgeteilt, ja, das ist ein bisschen anders als bei den Fachkräften für Lagerlogistik, denn hier habt ihr nur eine praktische Aufgabe in den meisten Fällen und eine schriftliche praktische Aufgabe. Was das ist, habt ihr ja gerade eben schon bei den Fachkräften gesehen, ja, eine praktische Aufgabe sozusagen als, ja, ich bekomme einen Bahneingang beispielsweise als Aufgabe und muss dann wirklich da stehen, habt einen Karton da stehen und muss gucken, was ist im Karton drin, ich gucke mir die Artikel an, stimmt das mit dem Lieferschein beziehungsweise mit der Bestellliste überein, ja, dokumentiere das ganz normal wie auf der Arbeit auch, ja, und wie man das gelernt haben im, äh, theoretischen Teil oder im schulischen Teil und macht dann noch eine Tatbestandaufnahme oder eine Meldung an den Einkauf, ja, sowas ist eine praktische Aufgabe und es gibt noch diese praktischen schriftlichen Aufgaben, das kennt ihr aus der schriftlichen Prüfung schon bereits, dann habt ihr eine berufsbezogene, fachliche Situation und ihr müsst dann bestimmte Aufgaben dazu erledigen, äh, wo ihr dann meistens auch eine Dreiviertelstunde, Stunde für Zeit habt, äh, und was das für Aufgaben sind beziehungsweise welche Themen da mal kommen könnten, zeige ich euch gleich auch noch. Jetzt aber erstmal zu den praktischen Aufgaben, ja, was kann da drankommen, ich hatte gerade schon gesagt, Warenannahme und Kontrolle und die Dokumentation davon, ja, hatte ich gerade schon erwähnt, es kann aber auch ein Warenausgang beispielsweise kommen, wo ihr kontrollieren müsst, ob man richtig kommissioniert hat, ähm, und dann eine Meldung an den, äh, Verkauf machen sozusagen, äh, das kann kommen, ja, Kommissionierung, Aufträge zusammenstellen, sowas kann auch immer gerne kommen, ja, und schaut euch da auch nochmal die unterschiedlichen Kommissioniermethoden, äh, an, wie man kommissioniert, äh, was man da zu beachten hat, Bestände weiterführen, äh, beziehungsweise weiterschreiben, ja, das kann da alles kommen, äh, da kann man schöne Aufgaben zu machen, wie auch beim Waren, äh, bei der Warenannahme und bei der Warenkontrolle oder beim Versand, ja, Versand und Verpackung, ich hatte gerade schon gesagt, äh, man kann auch eine Versandkontrolle machen, äh, man kann beispielsweise auch Sachen verpacken lassen, äh, eine Verpackungskostenrechnung, äh, noch dazu machen, wie viel diese, ja, genau, wie viel die Verpackung kostet und der Versand, ja, Ein- und Auslagerung vornehmen, ich hatte ja schon gesagt, auch bei den Fachkräften gerade eben schon gesagt, ähm, ihr werdet dann nicht irgendwie mit, äh, Staplern oder sowas rumfahren müssen, ähm, sondern es kann sein, dass ihr dazu kleine Aufgaben noch machen müsst, beispielsweise in Verbunden mit der Warenannahme und Kontrolle und Inventur würde ich mir auch eventuell mal anschauen und die Inventur, äh, Arten, die unterschiedlichen, äh, da kann man auch mal ganz schöne praktische Aufgaben zu machen, ja, dass man zählt und schaut, ob da irgendwelche Fehler sind und, 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 ja, ähm, ähm, das sind nur Beispiele, ja, wie auch generell zählen hier die Lernfelder 1 bis 8, die solltet ihr draufhaben, die, äh, Themen, ähm, das ist nur ein Erfahrungswert von mir, ähm, was man in so einer praktischen Prüfung für Themen anstellen könnte oder aus welchen Themen man Aufgaben machen könnte, ja, wie gesagt, könnte, bereitet euch auf alles vor und dann müsst ihr euch auch über nichts Gedanken machen beziehungsweise keinen Stress machen, weil ihr könnt's ja, ähm, und wie gesagt, schaut euch vielleicht mal hier so ein paar Themen an, schaut noch mal wieder so die praktischen Prozesse laufen und dann müsst ihr euch da auch keine Sorgen drum machen. So, ja, zu den, zu der praktischen Aufgabe, zu dem einen Teil der Prüfung. Der zweite Teil hatte ich gesagt, ja, gibt's ja auch diese schriftliche Aufgabe, diese, ähm, die ihr innerhalb einer Stunde beispielsweise lösen müsst, sieht bei den Fachkräften ähnlich aus, aber bei euch fällt der kaufmännische Teil heraus, das heißt, schaut euch auf jeden Fall mal die Tourenplanung an, dazu kann was kommen, in Kombination mit dem Stauplanerstellung, ja, Lagerkennziffern und eine Lagerfachkarte, solltet ihr mal ausfüllen können, wie das geht. Die Lagerkennziffern solltet ihr euch auch angucken, ganz wichtig. Inventur, auch wieder hier, wie auch die Kommissionierung sind da immer gerne gesehene Themen, ähm, wie gesagt, Lernfeld 1 bis 8 wieder, ne, wie gerade eben auch schon gesagt, äh, Warenanahme, Warenkontrolle habe ich hier oben auch noch stehen, genau, das solltet ihr euch auch anschauen, ähm, da kann man auch praktische Aufgaben zu machen, also schriftliche Aufgaben, ähm, das sind immer, ja, wie gesagt, immer so gern, äh, gestellte Aufgabenblöcke sozusagen, aus denen man ein bisschen was machen kann, ähm, kann aber auch was völlig anderes kommen oder auch was fehlen, ähm, aber wenn ihr das hier schon alles drauf habt, dann sieht das gut aus, ja, beziehungsweise dann wisst ihr schon viel. Genau, und das wäre auch schon eure Prüfung, wenn ihr an diesem Tag diese beiden praktischen Prüfungen dann abgelegt habt, seid ihr da durch, ja, mehr kommt auch nicht, wie gesagt, wahrscheinlich eine praktische Aufgabe und eine praktische, schriftliche Aufgabe, die ihr da erfüllen müsst, an dem einen Tag, ich weiß nicht, wie es bei euch aufgeteilt ist, ne, wie gesagt, da ist auch jede IHK wieder anders, äh, wir machen es beispielsweise an einem Tag, ähm, und dann ist man da durch, diese zwei Dinger, äh, schreibt man dann, beziehungsweise macht man dann und dann habt ihr auch den zweiten Teil der Prüfung bestanden und dann müsst ihr nur noch auf das Endergebnis warten, das kommt dann aber auch an einem Tag, der IHK sagt dann auch wieder Bescheid, wann ihr dann die Ergebnisse bekommt und dann seid ihr durch und hoffentlich erfolgreich durch. Gut, ja, das zu dem Aufbau der beiden Prüfungen, der Fachkräfte für Lagerlogistik auch bei den Fachlageristen und ich werde oft immer gefragt, ja, wann habe ich denn bestanden? Ja, ihr habt bestanden, die praktische habt ihr bestanden, wenn ihr in diesen beiden Prüfungsteilen, ja, die dann unterschiedlich aufgeteilt sind, in Teil A und B, wenn ihr da mindestens ein ausreichend macht. Also keine Angst, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, ein Teil einer Prüfung, einer praktischen Prüfung, beispielsweise die praktische, äh, Situation, ähm, irgendwie fünf schreibt, ja, ihr seid da nicht durchgefallen, sondern ihr könnt das mit der anderen oder mit den anderen Aufgabenteilen dann noch korrigieren und, äh, dann über die ausreichende Leistung kommen, ja, aber da müsst ihr auf jeden Fall unterm Schnitt diesen beiden teilen oder im Schnitt bei den Fachkräften in diesen unterschiedlichen Aufgabenteilen mindestens mit einer vier bestanden haben, äh, dann seid ihr da durch und die praktische Prüfung wird dann zu 50 Prozent im Prinzip mit der schriftlichen zusammengezogen und dann bekommt ihr euer Ergebnis und, ja, wie auch bei den anderen Prüfungen, wenn ihr da, äh, eine 6 habt, seid ihr, habt ihr die praktische Prüfung nicht bestanden, also in einem Aufgabenteil und müsst dann in einem halben Jahr die praktische Prüfung dann nochmal wiederholen, solltet ihr die schriftliche bestanden haben oder wenn ihr beides nicht bestanden hättet, wovon man natürlich nicht ausgeht, ähm, dann müsst ihr die in einem halben Jahr nochmal schreiben. Gut, soviel dazu, wann ihr die praktische bestanden habt. Jetzt wollen wir uns einmal angucken, die mündliche Ergänzungsprüfung, ja, da bekomme ich auch immer sehr viele Fragen dafür, das hat jetzt nichts mit der praktischen zu tun, sondern eher mit der schriftlichen Prüfung, die ihr abgelegt habt, denn da könnt ihr euch noch verbessern, solltet ihr eine, weiß ich nicht, beispielsweise im Schnitt mit 47 Prozent abgeschnitten haben, habt ihr immer noch eine Möglichkeit zu bestehen, ja, auch die schriftliche Prüfung zu bestehen und die nicht erst in einem halben Jahr zu machen. Das geht aber nur, wenn ihr keine 6 oder keine 2 Fünfen, ähm, geschrieben habt im schriftlichen Bereich, sondern, weiß ich nicht, ein Teil eventuell eine 5 hattet, das hatte ich ja schon mal gesagt in einem anderen Video und ihr könnt diese 5 mit den anderen etwas schlechteren Noten eventuell noch ausgleichen. Dann könnt ihr zu einem, könnt ihr einen Antrag zu einer mündlichen Ergänzungsprüfung stellen, da werdet ihr auch dann normalerweise von der IHK dann nach der schriftlichen Prüfung beraten, wenn das möglich ist, dann könnt ihr einen Antrag stellen und ihr habt in der praktischen Woche normalerweise dann diese Ergänzungsprüfung und dann könnt ihr eure schriftliche Note verbessern, so dass ihr im Schnitt auch eure schriftlichen, eure schriftlichen Teil bestanden habt, den praktischen habt ihr dann besten teils dann auch bestanden und dann seid ihr durch die Prüfung durch und müsst dann nicht noch ein halbes Jahr später dann nochmal zur schriftlichen antreten, was ein bisschen blöd wäre und das könnt ihr dann mit dieser mündlichen Ergänzungsprüfung schaffen. So, kleine Info zur mündlichen Ergänzungsprüfung und jetzt zum Schluss noch die Frage, ja, wann endet meine Ausbildung überhaupt? Ich habe ja jetzt zwei Varianten mal gemacht, ja, weil wir ja auch immer noch ein bisschen von dem, ja, Corona-Zeug ein bisschen geplagt sind, deswegen gibt es immer zwei Varianten. Variante Nummer eins ist, ja, ihr erhaltet eine Bescheinigung nach eurer praktischen Prüfung mit dem Vermerk bestanden oder nicht bestanden und dies zeigt, könnt ihr dann beim Arbeitgeber beziehungsweise bei der Arbeitsagentur für Arbeit, könnt ihr das dann vorzeigen und damit ist dann eure Ausbildung sozusagen beendet, ja. Das Zeugnis erhaltet ihr dann normalerweise via Post, ein bisschen später von der IHK und dann habt ihr es auch nochmal schwarz auf weiß, aber dieser Vermerk oder diese Bescheinigung, da könnt ihr dann zu eurem Arbeitgeber gehen und ihr habt offiziell die Prüfung bestanden und der Ausbildungsvertrag ist damit beendet. Variante zwei ist ein bisschen schöner und das wird auch jetzt bald wieder folgen. Ja, ihr bekommt die Ergebnisse und das Prüfungszeugnis im Rahmen einer IHK-Zeugnisübergabe, ja, die Lossprechung, da werden die Prüflinge dann einzelne nach vorne geholt, die bestanden haben, gibt noch einen kleinen Handshake, ja, eine kleine Wertschätzung und dort erhaltet ihr dann euer Zeugnis und ab diesem Moment seid ihr auch komplett frei, das heißt, also komplett frei nicht, aber ihr habt keinen Ausbildungsvertrag mehr, das heißt, ihr seid nicht mehr in Ausbildung und ab der nächsten Woche, ja, habt ihr dann entweder einen Vertrag unterschrieben und ihr seid dann fester, fester Fachkraft für Lagerlogistik oder Fachlagerist oder Fachlageristin oder ihr müsst dann euch bei der Arbeitsagentur für Arbeit melden, ja, wenn ihr dann arbeitssuchend seid, aber auf jeden Fall geht es dann weiter, aber nicht mehr mit eurer Ausbildung, denn da seid ihr dann durch. So, ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick geben, wie die praktische Prüfung abläuft bzw. was da so, ja, drankommt. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei bzw. ich drücke euch von hier aus natürlich die Daumen bei euren praktischen Prüfungen und dass die Prüfung natürlich dann auch am Ende erfolgreich besteht. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt zur praktischen Prüfung oder zu irgendwas anderem, könnt ihr mich jederzeit anschreiben auf Facebook, Instagram oder auch auf Discord, ja, ich antworte sofort bei euch meistens und ich würde sagen, alles, alles Gute und wir sehen uns demnächst. Macht's gut!